Da wird mal schön in die Mitte gepeakt. Ja, die kommen, die spawnen da in der Mitte, gell? Ja, hier schon. Nice, nice. Okay, sorry. Sorry, Captain Diegelbeard. Zwei Headshots. Okay. Diegel-only hab ich gehört, oder? Boah, der pusht schon voll. Aber die sind beide lang. Kammer, in der Bibliothek, oder? Oder kammer. Was? Let's check. Puffs. Ha, natürlich, das ist auch schön, ne? Ah, der hat, der hab ich sogar 85. Ja, hab ich ja gesehen. Die spawnen da vorne in der Mitte. Ich muss halt diegel spielen. Was sind das für Smokes? Was sind das für Smokes? Ui! Boom! Wuuu! Ajo mehr, bruh! AKC-47! Ajo mehr, bruh! Ah! Aja! Via! Com-on, c'mon, chop, chop! Oh! Das ist jetzt Peugeilens. Ok, so ein paar Gräutige. Warum haben wir schon geschah? Hier in dem Arct. Wo ist das? In dem Führigrennen. Ah, du hast hier mit dem Silencer drauf. Weißt, das für nicht so richtig Spiele ist. das ist manchmal schwierig zu muss zu hören woher das kommt mit einem fünf unter die kugel na wo aber schon eine flange mit viertel sturm brüchte Viertelstunde mal aimen So machen wir das Ja wieder Ding Ding Ah das ist ein mieses E.T. Und da eine war auf Balkan Oder nicht, oder nicht Der ist umgedreht Er kommt jetzt da mit raus Kannst du nach vorne und dann zieh da Die Tür Ja Fagenkreuz ist so riesig, what the fuck Das musst du auch noch umstellen Das muss ich auch noch umstellen Fadenkreuz Ja 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 kürze Jawohl ist schon ziemlich großes eigentlich Neh Bombay schlabe mir Ja Er hat einen Hedgehog geklappt Nu ist Wo bist du, Bro? Wo bist du, Bro? Letzte Runde schon. Die Wanne ist durch. Der kommt unten bei der Tür. Ah, okay, er ist da... Der kommt unten. Nevermind. Ah! Er kommt da wieder. Why you mad, Bro? Why you mad, Bro? 3. We must defeat them. We must defeat them. Diegel action, let's go. Schlagen wieder? Ja, ja. Der Code da. Ah, shit. Links mit der Diegel. Vor dir liegt. Ah, shit. Ja, ja. Jetzt kann ich nicht wechseln so schnell. Bisk. Ja. Ich nehme an. Oh, ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Der F ist nicht drin. Ah, da ist das. Da ist das Pool, ne? Da ist das Pool. Ah, der ist immer noch da. Ah, okay. Wo war der her? Irgendwo wieder hin. Keine Ahnung. Da ist irgendwo mit einer Scout hin, irgendwo an der H2-Apps. Dann schauen wir mal. Ah, scheiße, die waren dann. Hab ich das verkackt. Ah, hab ich da einen kurzen Teabag gesehen, ne? Ja, hab ich da gesehen, ja. Okay, okay. Die war lang. Oh, ne, ist noch Ding, Ding. Der eine ist lang, Mann. Der eine ist lang. Und da hat sie mehr, der braucht. Der eine ist lang. Ja, gut, er recht. Ah, er ist immer... Oh Ich glaube ich habe einen zweiten Versuch Und hier Anlack Flasch mit der Null weg Oh die Exzess Keine Ahnung Ich bin so stark angefangen Die letzte Runde Ich bin so stark Ich bin so stark Wir müssen uns Wir müssen uns Flasch mit Wir müssen uns Flasch mit Ich bin so stark Meshlauch. Why you mad, bruh? Why you mad, bruh? AKs. Nur A. Fuck. I see a pit, give him one tap. Ich glaube, du hast den Arm im Pit gesehen, aber ich bin mir nicht sicher. Aber jetzt nicht. Das schöne Swim. Da war der Korn mit dem Arm der Goldrichtige. Mhm. Jetzt warte ich mal kurz, schau, dass du nicht stirbst. Er ist oben. Er ist oben. Er ist oben. Er ist oben. Auf den. Er ist hinten. Er ist oben. Er ist oben. Hier ist oben. Hier ist oben. Hier ist oben. Der Hund war schon ne... Der Hund war schon ne... Scheiss P9. Ja, er ist halt ne Duffe. Er ist schon mal gammelt unten. Bisschen. An. Schade. Zuck.